Ich wollte immer Feuerwehrmann werden. Süß. Ich wäre ja am liebsten Lehrerin geworden. Ich wollte auch mal so in die Steuerkanzlei gehen. Ich hatte nie so einen richtigen Plan. Ich wollte Fußballprofi werden. Ich mache meine Ausbildung bei einer Volksbank Reifeisenbahn. Die ersten Reaktionen sind meistens so, okay, total öde eben. Also ich wollte eigentlich nie einen Fuß in eine Bank setzen. Ich fand Bankheim mal böse. Es ist halt echt cool, dass es so viele verschiedene Aufgaben in der Bank gibt. Ja, jeder Tag ist ein neuer Tag. Jeder Tag bringt neue Kunden mit sich. Also ich glaube, da ist halt für jeden was dabei. Was mir besonders in meiner Ausbildung gefällt, ist einfach die Art, wie man Auszubildende fördert mit Projekten. Wir bekommen viel Verantwortung. Und ich finde einfach, dass wir jeden Tag immer mehr wachsen. Generell ist es für mich wichtig, in meinem Beruf Perspektiven zu haben. Nah am Menschen dran zu sein. Im Team zu arbeiten. Der erste Ansprechpartner zu sein. Und Spaß zu haben. Oh, das hast du schön gesagt. Ganz, ganz wichtig ist, dass man offen ist für Neues. Die Bank braucht Menschen, die Ideenentwickler und Ideenumsetzer sind. Leute, die auch mit der Digitalisierung selbst leben. Und das sind halt für mich die jungen Leute. Hat dann jemand noch ein Praktikum bei der Bank gemacht? Ich hätte noch eins gemacht. Ich habe damals auch eins gemacht. Ja. Und danach stand es dann für mich fest, dass ich es mache, aber echt. Die haben das wahrscheinlich genommen, weil du so hübsch bist. Schleimer. Was ist für euch NEXT? NEXT ist das Azubi-Netzwerk der Volksbanken und Reifeisenbanken. Auf dem NEXT-Blog findet man alle möglichen Berichte zum Bankalltag von den Azubis selbst. Sie können sich austauschen. Sie können neue Ideen entwickeln. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob eine Ausbildung wirklich das Richtige ist, dann informiere dich einfach. Mehr Infos findest du auf unseren Social Media Kanälen, auf unserem Blog, aber letzten Endes auch auf jeder Webseite der Volksbanken und Reifeisenbanken. Ich möchte euch auf jeden Fall motivieren, das zu machen, wozu ihr wirklich Lust habt. Wenn es eine Ausbildung bei der Bank ist, dann macht es egal, was die anderen sagen. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020